Jeden Wintermorgen die gleiche lästige Überraschung. Die Autoscheiben sind total vereist. Doch es gibt Abhilfe. Dank Nano-Versiegelung sollen die Scheiben gar nicht erst zufrieren. Der elektrische Eiskratzer verspricht kinderleichte Enteisung. Und auch für Sparfüchse gibt es diverse Scheibenfrei-Hacks. Claire und Christoph treten in drei Runden zum großen Defrost-Duell an. Absurdes Horrorszenario für mich. Du kommst morgens früh zu deinem Auto, musst irgendwo ganz schnell hin und dann erst mal hier enteisen. Schlimm sowas. Das stimmt. Es kommt halt einfach auf das richtige Equipment an. Dann ist das alles gar kein Problem. Mülltüten. Ja, zum Beispiel. Wart mal ab, ich werde dich eiskalt abservieren. Welcher neue Eiskratzer ist der beste? Der ungewöhnliche Trichterkratzer oder der Luxuskratzer mit Elektromotor? Duell 1 Eiskratzer. Der Trichterkratzer ist gerade der Hype im Netz und hat angeblich geradezu Wunderkräfte. Durch diese Kegelform soll es optimal in der Hand liegen. Das kann ich soweit auch bestätigen. Das ist ganz bequem. Es ist strapazierfähig, sagt der Hersteller. Man braucht nur wenig Kraft. Und das alles für gerade mal 8 Euro, das klingt nach einem absoluten Wunderteil. Mal gucken, ob es hält, was es verspricht. Christoph startet auf seiner Hälfte mit dem Trichterkratzer. Um die Gadgets unter Extrembedingungen zu testen, haben wir für eine extra dicke Eisschicht gesorgt. Mit einem Standardkratzer würde man hier viel Kraft und Zeit brauchen. Diese kreisenden Bewegungen. Ich habe ja trotzdem nur eine ganz schmale Auflagefläche und lasse deswegen hier viel aus. Das ist alles komplett vereist, immer noch. Vielleicht brauche ich wirklich dieses Vorkratzteil. So. Ah, aber schau, das hat voll was gebracht. Ich kann nicht sagen, dass es mit wenig Kraft, wie versprochen, funktioniert. Ich muss schon ordentlich aufdrücken. Stopp! 3,30. Ach du Scheiße! Was passiert? Nein! Guck mal hier. Sofort zerbrochen. Nein! Wirklich, wenn die Eisschicht hier mal ein bisschen doller ist, dann hat das Ding keine Chance. Lass mich mal machen. Dann geht es los. Claire setzt auf den akkubetriebenen Eiskratzer. Der soll dank Motorkraft selbst dicksten Eisschichten wie unserer den gar ausmachen. Kostenpunkt 40 Euro. Okay, der hat schon ordentlich gewummt. Der EDI-4 verfügt über eine Scheibe mit sechs Kunststoffklingen, die das Eis durch schnelle Rotationen entfernen. Boah, sogar die richtig hartnäckigen Flecken. Der E-Kratzer enteist die Scheibe erfolgreich. Und als Benutzer fühlt man sich richtig stark. Warte kurz, ich glaube, ja, stopp! Zwei Minuten sieben. Ich fühle mich ein bisschen so, als hätte ich gerade mit einer Kettensäge hier das Eis runtergeholt. So, oah, man hat so richtig Macht mit diesem Gerät. Der erste Punkt geht an Claire und ihren Motor enteiser. Die Scheibe ist anderthalb Minuten schneller eisfrei als beim Trichterkatze. Allerdings nicht so schnell wie vom Hersteller versprochen. Der Akku hält 15 Minuten und damit eine ganze Arbeitswoche. Man kann ihn an der Steckdose aufladen oder am Zigarettenanzünder im Auto. Das gelöste Eis mit einem weichen Handbesen von den Scheiben kehren. Der Feger ist auch nützlich, um Schnee vom Autodach zu entfernen. Denn wer mit zugeschneitem Dach fährt, riskiert 25 Euro Bußgeld. Eine CD-Hülle sollte man nicht als Kratzer nehmen. Effektives Enteisen ist damit nicht möglich. Und wenn die Hülle bricht, besteht Verletzungsgefahr. Tipp, jedes Jahr einen neuen Eiskratzer kaufen. Da durch die Benutzung feine Beschädigungen entstehen, die die Scheibe zerkratzen können. Besser als Eiskratzen am Morgen wären natürlich eisfreie Scheiben. Genau die verspricht die Nano-Scheiben-Versiegelung. Sie tritt an gegen den Innenraum-Heizlüfter. Duell 2. Hightech. Der neueste Trend gegen vereiste Scheiben kommt aus der Nanotechnik und wird direkt auf die Scheiben aufgetragen. Aber vorher muss Claire sie gründlich reinigen und trocknen. So, alles sauber und jetzt kommt mein kleines Wundermittel hier zum Einsatz. Das ist Anti-Rain-Nano-Flüssigkeit und damit versiegele ich jetzt meine Scheibe. Die Nanoteilchen sollen Wasser von der Windschutzscheibe abperlen lassen, sodass die Scheibe im Winter nicht mehr vereist. Also das ist jetzt hier kaum Aufwand, ne? Ist ein bisschen wie Fensterputzen. Und wenn das jetzt wirklich hilft, dass morgen früh diese Scheibe hier nicht vereist ist, also... Das Mittel muss 5 Minuten trocknen. Dann wiederholt Claire das Einpolieren für ein gleichmäßiges Resultat. Nach 10 Minuten ist die rechte Hälfte der Scheibe für den Test nano-versiegelt. Aber wie soll das funktionieren? Jede Windschutzscheibe hat winzige Unebenheiten, die für das menschliche Auge kaum sichtbar sind. Durch das Auftragen der Nano-Versiegelung werden diese mit kleinsten Teilchen aus Wachs, Flur und Silizium gefüllt. Es entsteht eine hauchdünne, glatte Schicht über der Scheibe. 500 Mal dünner als ein menschliches Haar. Die ist extrem glatt, sodass weder Schmutz noch Wasser an ihr haften bleiben. Wenn es regnet, entstehen aus dem Wasserfilm schnell kleinste Tröpfchen, die einfach von der Scheibe abperlen sollen. Deshalb vereisen auch nano-versiegelte Scheiben nicht mehr. Theoretisch. Ob das wirklich stimmt, sieht Claire morgen früh. Auch ohne Nano-Politur. Die Scheibenwischer über Nacht immer hochklappen, damit die Wischerblätter nicht anfrieren. Am nächsten Morgen ist Christoph 20 Minuten früher unterwegs als sonst. Ich mach's mir jetzt mal ganz einfach mit der Enteisung. Ich hab hier so einen Heizlüfter, der in 20 Minuten meine Scheibe freimachen soll. Kostet 19 Euro. Wenn das wirklich klappt, ist das super. Da kannst du zwischendurch sogar noch einen Kaffee trinken gehen. Christoph platziert den mobilen Kfz-Heizlüfter auf dem Armaturenbrett und schließt ihn an den 12-Volt-Zigarettenanzünder an. Und hier geht's auch wirklich schon los. Sehr punktuell, nur auf diesem kleinen Punkt, aber hier fängt's an zu schmelzen. Ja, ich mein, ideal wäre es ja, wenn ich den wirklich einfach an einer Position hinstellen kann und am Ende ist die ganze Scheibe frei. Jetzt ist Geduld gefragt. Claire hatte gestern Abend die rechte Hälfte ihrer Windschutzscheibe mit Nano-Versiegelung bearbeitet. Auf den ersten Blick sieht man nichts. Aber wichtig ist natürlich, was unter der dünnen Schneeschicht steckt. Claire kratzt zunächst auf der unbehandelten Seite. Also hier ist auf jeden Fall auch unten drunter noch eine Eisschicht. Okay, so fühlt sich's also an ohne Versiegelung. Jetzt versuch ich's mal auf der anderen Seite. Ah, okay, also tatsächlich gerade so die unterste Eisschicht, die lässt sich einfacher abfragen. Man muss hier gar keinen Druck, gar keine Kraft aufwenden. Geht wie geschnitten Brot. Verrückt, hier sieht man richtig den Übergang. Ja, hier ist nämlich hartnäckiges Eis. Da geht alles easy runter. Christoph überwacht noch sein Mini-Halsgebläse. 15-Minuten-Syndrom. Das ist wirklich großer Quatsch, jetzt hier zu sitzen mit dieser Halterung und wie so ein Föhn sich von links nach rechts zu arbeiten. Dann kann ich ja auch gleich kratzen. Erst nach 22 Minuten ist die Scheibe eisfrei. Damit geht der zweite Punkt an Claire mit ihrer Nano-Flüssigkeit. Auch wenn die Versiegelung die Scheibe nicht völlig eisfrei gehalten hat, konnte Claire die dünne Eisschicht leicht entfernen. Dieser Effekt soll sogar mehrere Monate anhalten. Und wenn man kein Geld für neue Gadgets ausgeben will? Wie wäre es mit dem Wärmflaschen-Doppel oder dem aufgeschnittenen Müllsack? Duell 3. Improvisation. Es gibt ja so Hightech-Isolierfolie, die man sich auf die Scheibe legen kann. Kostet aber, weiß ich nicht, 20 Euro oder so. Bin ich viel zu geizig für. Mein Tipp ist der hier. Ein handelsüblicher Müllbeutel. Christoph schneidet den Sack an beiden Längsseiten auf, legt ihn über die Windschutzscheibe und klemmt ihn in den Dichtungen der Vordertüren ein. Das sieht doch super aus, oder nicht? Ob das wirklich funktioniert, sehen wir am nächsten Morgen. Keine Sorge, ich habe keine Bauchschmerzen. Das hier ist ein klassisches Mittel gegen Scheibenfrost. Und da gilt auch, doppelt ist besser. Die Wärmflaschen einfach aufs Armaturenbrett legen und dann abwarten. Oh, jetzt schmilzt hier richtig was weg. Oh ja, das funktioniert. Aber leider halt echt dann nur an der Stelle, wo die Wärmflasche auch Kontakt mit der Glasscheibe hat. Christoph hat richtig gute Laune. Ob seine Müllbeutelkonstruktion funktioniert hat? Alter, ja. Tatsache. Hier ist nix gefroren. Also hier oben, da, wo die Kanten sind. Okay, da muss man noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Aber hey, die große, ganze Fläche ist komplett eisfrei. Ich kann ihn jetzt trocknen lassen und nächste Nacht wiederverwenden. Abdeckungen aus Papier oder Pappe sind übrigens nicht zu empfehlen, weil sie schnell durchlassen und auf der Scheibe festfrieren. Am Morgen wartet dann die doppelte Arbeit. Wer den Motor warmlaufen lässt, um die Scheiben eisfrei zu machen, belästigt Nachbarn und Umwelt. Dabei wird im Leerlauf kaum die nötige Wärme frei, um die Scheiben zuverlässig zu enteisen. Und wer dabei erwischt wird, zahlt 80 Euro Bußgeld. Zurück zu Claire und ihrem Wärmflasche-Doppel. Wie läuft die Enteisung auf Großmutters Art? Also wenn ich hier irgendwas erlange, dann auf jeden Fall Armkraft. Unten ist es noch relativ einfach, aber oben, boah. Endlich kriegt auch Christoph einen Ehrenpunkt. Sein Müllbeuteltrick ist eine preiswerte und praktische Alternative. Und weil der Heck mit dem großen Sack so gut funktioniert hat, zieht er gleich noch einen kleinen Beutel aus der Tasche. Ganz wichtig, man darf kein kochendes Wasser nehmen, nur warm, weil ansonsten die Scheibe springen kann. Ah, ja. Und jetzt machst du einfach so und lässt das hier so runtergleiten. Mega gut. Oder? Auf jeden Fall schneller als die Wärmflaschen. Ob motorisierte Eiskratzer, Nanoscheibenversiegelung oder Müllbeutelabdeckung, mit diesen drei Methoden wird ihre Windschutzscheibe ganz einfach eisfrei.